Dieses Tutorial zeigt, wie man in SPSS 28 und 29 den Kruskal-Wallace-Test rechnet und dessen Ergebnisse interpretiert. Kurz zum Kontext, ich habe den höchsten Bildungsabschluss, der meine Stichprobe in fünf Gruppen unterteilt und ich möchte schauen, ob sich diese fünf Gruppen hinsichtlich des Einkommens unterscheiden. Nicht wundern, das Einkommen ist metrisch skaliert, ich kann aber dennoch statt einer einfaktoriellen ANOVA einen Kruskal-Wallace-Test rechnen. Das mache ich, indem ich über Analysieren nicht-parametrische Tests und dann unabhängige Stichproben gehe. Im ersten Reiter Ziel ist nichts auszuwählen und wir klicken direkt auf den zweiten Reiter Felder. Unter Felder sehen wir zwei Felder, die wir befüllen müssen. Als allererstes natürlich die abhängige, also die Testvariable, das wäre hier das Einkommen. Meine Gruppenvariable ist der höchste Bildungsabschluss, der kommt in das Gruppenfeld. Als nächstes geht es in den Reiter Einstellungen und hier lasse ich nicht SPSS anhand der Daten automatisch den Test auswählen, sondern möchte den Test manuell auswählen, deswegen wähle ich Tests anpassen. Dann kann ich hier rechts einfaktorielle ANOVA nach Kruskal-Wallace auswählen, das ist der Kruskal-Wallace-Test. Da ich nicht nur wissen möchte, ob es Unterschiede über die Gruppen hinweg gibt, sondern auch zwischen welchen Gruppen muss zwingend alle paarweise ausgewählt werden. Unter Testoptionen kann ich lediglich noch das Signifikanzniveau bestimmen, das Konfidenzintervall im Prozent und wenn ich mehr als eine Testvariable hier definiert habe, kann ich auswählen, was passiert, wenn fehlende Werte existieren, nämlich ob ich Test für Test diese Fälle ausschließen lassen möchte oder das Ganze listenweise geschehen soll. Schließlich kann ich noch unter Benutzer definiert fehlende Werte das Ganze ausschließen oder einschließen. Ich würde an der Stelle auf jeden Fall ausschließen angehakt lassen. Danach kann ich das Ganze berechnen lassen und bekomme ganz oben von SPSS zunächst die Hypothesenübersicht. Wir sehen in der Hypothesenübersicht ganz links die Nullhypothese. Die Nullhypothese besagt hier, beim Kruske-Bolles-Test, dass die Verteilung der abhängigen Variable, also hier das Einkommen, über die Kategorien, also den Gruppen, in meinem Falle von höchster Bildungsabschluss identisch ist. Und diese Nullhypothese, das sehen wir ganz rechts, wird verworfen. Warum? Weil die Signifikanz hier sehr sehr klein ist. Wir können uns das Ganze auch noch mal über den Pivot-Tabelleneditor exakt anzeigen lassen, nämlich 4,452 mal 10 hoch minus 14, also ein sehr sehr kleiner Wert. Die Nullhypothese wird typischerweise verworfen, nämlich immer dann, wenn der P-Wert das Signifikanzniveau, was wir ja definieren konnten, unterschreitet. Wir sehen hier noch mal das Signifikanzniveau angegeben, 0,05. Allerdings ist es nicht mehr zeitgemäß, nur anhand dieser harten 0,05er-Grenze oder 0,01er-Grenze zu entscheiden. Nämlich, wenn man weiß, dass jedwede Signifikanz nur eine Funktion der Stichprobengröße ist und automatisch kleiner wird, je größer die Stichprobe wird, dann kann man sich hier an der Stelle auch denken, dass Werte, die knapp um das vorher definierte Signifikanzniveau liegen, dennoch auch Beachtung finden sollten. Wir sehen dann die paarweisen Vergleiche und hier sehen wir alle Gruppen jeweils miteinander verglichen. Wir sehen einmal eine Signifikanzspalte und wir sehen eine angepasste Signifikanzspalte. Die Signifikanz ist das, was über den sogenannten DUNS-Test, also paarweise werden diese Gruppen mit dem sogenannten DUNS-Test verglichen. Da haben wir eine standardisierte Teststatistik, die dann in eine Signifikanz umgewandelt wird und die dann wiederum angepasst wird. Was ist der Unterschied zwischen Signifikanz und angepasster Signifikanz? Dadurch, dass ich bei den paarweisen Vergleichen viermal zum Beispiel die Hauptschule hier habe und mit anderen Gruppen vergleiche, teste ich mehrfach auf dieselbe Stichprobe. Und wenn ich das habe, habe ich das Phänomen der sogenannten Alpha-Fehler-Kumulierung. Das heißt, der Alpha-Fehler, das fälschliche Ablehnen der Nullhypothese, steigt mit jedem Test. Wenn ich zehn Tests habe, bin ich nicht mehr bei fünf, sondern fast 40 Prozent. Bedeutet also, ich begehe sehr wahrscheinlich einen Fehler erster Art und unterstelle Gruppenunterschiede, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Demzufolge schaue ich immer nur in der Spalte angepasste Signifikanz. Und hier schaue ich nach natürlich möglichst kleinen p-Werten, die idealerweise unter oder sehr nahe an meinem Signifikanzniveau von 0,05 liegen. Und da sehen wir hier zum Beispiel, Haupt- und Realschule verglichen mit dem Bachelor. Wir sehen Haupt- und Realschule mit Masterdiplom, Haupt- und Realschule mit Promotion verglichen sind signifikant. Das ist irgendwie auch erwartbar, weil wir sehen, dass die Haupt- und Realschulabschlüsse hier ziemlich weit unten sind und alle anderen deutlich drüber liegen. Wir sehen gleichzeitig, dass Abitur und Bachelor sich nicht unterscheiden. Wir sehen aber Abitur, Masterdiplom unterscheiden sich und natürlich genauso Abitur und Promotion. Hier unten hat man auch noch mal eine schöne Übersicht, wo in meinem Falle durch die fünf Gruppen ein Pentagramm entsteht und hier mit der roten Linie in Anführungszeichen nicht signifikante Unterschiede existieren und bei blauen Linien signifikante Unterschiede. Und wir sehen gleichzeitig auch hier noch mal schön den mittleren Rang der jeweiligen Gruppe, da wir ja beim Crusoe-Bollest-Test nicht mit den Werten an sich arbeiten, sondern mit Rängen. Je höher der Rang, desto höher auch die ursprüngliche Variable. Und der mittlere Rang bei der Promotion ist mit 78,5, bei der Haupt- und Realschule nur 7,7. Demzufolge ist hier der Unterschied auch signifikant. Genauso zum Abitur, genauso zum Bachelor, aber nicht zum Master und Diplom. Zumindest nicht für diese Stichprobe und diese Stichprobengröße. Die weiteren Abbildungen bzw. Grafiken, die hier noch sind, sind eher uninteressant. Hier ist nur die Verteilung nochmal der Einkommen und entsprechend die Zählungen der Gruppengrößen, also sprich, wie viele Personen pro Gruppe in der Stichprobe waren. Nach dem Crusoe-Bollest-Test sollte auch eine Effektstärke berechnet werden. Zum einen für den Crusoe-Bollest-Test selbst, zum anderen aber auch für die Unterschiede zwischen den Gruppen, die hier als in Anführungszeichen signifikant beobachtet wurden, damit eine Einordnung und auch Vergleichbarkeit gegeben ist. Die beiden jetzt eingeblendeten Videos zeigen die Effektstärke des Crusoe-Bollest-Tests als auch der paarweisen Vergleiche.